Advent, Advent, das 21. Türchen. Es brennt. Ui, 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 ui. Dann geben wir mal unsere Position. Na, will er nicht. Ja, will er einfach nicht. Da gucken wir mal, was wir so schön sagen in der 21. Auf jeden Fall ein Riegel. Trento. Schaut aus wie Limettenkuchen, irgendwas. Wir hätten hier entweder ein Snickers, äh Snickers, oder ein Trento. Haben wir nicht beides? Was ist hier echt? Ich weiß nicht, sollten wir nicht beides da noch drin haben, oder nur eins davon? Oh, entweder oder. Ich hatte schon Angst, uns fehlt was. Hier haben wir die 21. Brasilien sind wir. Ich meine, Snickers sollte Karamell, das wäre ein bisschen langweilig. Schauen wir mal, was es so Trento uns gibt. So hier. Mmh. nun denn lasst uns das rubbeln beginnen würde ich sagen wir müssen runter runter nach rechts nach oben nach oben nach rechts runter nach links nach unten beide seiten da wieder nach rechts da ist leider nichts schade dann wieder hoch dann nach links nach unten weiter nach links nach unten nach rechts nach oben rechts rechts nach unten drei euro mehr war leider nicht leider nur zwei linien hier runter und dann gleich nach links nach unten nach links nach unten nach rechts nach unten beide seiten nach unten nach unten da ist leider nichts nach oben recht nach oben noch weiter hoch weit darüber runter runter es müsste leider nie zu sein schade schokolade und dann haben wir unser letztes schon in der schatz suche beide seiten diesmal beide seiten schon wieder da müssen wir ein bisschen mehr frei rubbeln okay das geht nach links ne dann nach rechts nach unten weiter nach unten sechs euro euro da haben wir noch ein bisschen was nach links nach unten nach unten nach links nach oben aber leider nicht rein geht das dürfte nur eine kurze weg sein nach unten nach links nach unten und 12 euro katschig immerhin bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal